hallo zusammen ich grüße euch hier zu einem weiteren video auf youtube im heutigen video ich habe schon ein paar mal angekündigt geht es mal darum wie kann man denn in schwellenländer investieren ich habe nämlich häufig dazu auf instagram eine frage bekommen weil ich vor allem in den depot roast häufig darüber spreche dass ich in schwellenländer investieren würde mit blick in die zukunft weil ich einfach mehr wachstum erwarte keinerlei anlageberatung wieder von daher wollte ich mal einfach ein video aufnehmen und euch zeigen wie man denn mit welchen drei also es gibt drei arten die ich heute vorstelle wie man denn in schwellenländer investieren kann genau vorweg erst mal ich empfehle euch hierzu die seite extra etf weil ihr da einfach eine etf suche habt und etf listen habt wo ihr dann eben direkt schon quasi nach regionen nach den emerging markets nach den schwellenländern herausfiltern könnt und jetzt hier eben eine liste bekommt mit 71 etfs welche eben den msci emerging markt oder welche nicht den msci emerging markets hier kann auch der fuzzi sein aber welche eben schwellenländer die emerging markets abbilden und zwar schauen wir uns jetzt mal hier den ersten an und zugleich den größten ich glaube dass es auch der ishares core msci world ist auch der größte msci world etf und natürlich hat ishares auch den core msci emerging markets imi für was steht das investable market index das heißt dass da sowohl kleine mittelständische als auch große unternehmen drin sind also die breites breite spektrum quasi und genau erst mal vorweg allokation was sind denn überhaupt schwellenländer schwellenländer sind zum einen länder wie china sind länder wie taiwan indien südkorea brasilien saudi arabien südafrika thailand mexico indonesien noch viele weitere russland zum beispiel die jetzt aber quasi delisted wurden oder aus den indizes verbannt wurden also aus dem msci und dem fuzi und genau was sind so die größten regionen eben von schwellenländern klar großer fokus auf asien weil einfach china taiwan thailand indonesien alles eben länder sind die aus asien sind die eben sagen wir mal noch enormes potenzial haben weil es eben größtenteils dort schwellenländer sind dann hat man natürlich lateinamerika da sind dann länder wie brasilien unter anderem aber auch ein peru oder ein argentinien dann afrika und osteuropa obwohl diese zwei meiner meinung nach zu vernachlässigen sind weil sie nicht häufig so ein hohes gewicht haben aber nie ganz zu vernachlässigen sind schauen wir uns die größten zehn positionen an das ist taiwan semi conductors tencent samsung alibaba reliance ein indisches unternehmen infosys ebenfalls michwan china construction bank wale ist aus brasilien das drittgrößte rohstoffunternehmen der welt nach rio tinto und bhp und jd.com genau schauen wir mal rein das ist nämlich jetzt sagen wir mal eine art wie ihr in schwellenländer investieren könnt und zwar könnt ihr euch ich gehe jetzt noch mal ein step zurück noch ein step zurück könnt ihr euch eben einen msci oder einen fuzzi emerging markets also ein emerging markets etf holen wo ihr nämlich eben breit gestreut in alle schwellenländer investiert jetzt ganz vergessen zu zeigen mit 3000 positionen jetzt hier im ishares core msci emerging markets und genau was was gibt es hier für unterschiede was kann man denn da drauf beachten nicht beachten also was sind so die unterschiede bei den einzelnen msci im msci aus dem kopf kriegen was ist der unterschied bei den einzelnen emerging markets etfs und zwar hat man hier zum einen nachhaltige also social responsible investment für das steht sri oder esg environmental social governance also das sind eben zwei nachhaltige etfs auf msci emerging markets wo ihr eben hier sehen könnt von der ter also von den jährlichen laufenden kosten wie es hier seht es sind fast keine gravierenden unterschiede die meiner meinung nach auch zu vernachlässigen sind weil selbst wenn ihr jetzt hier vielleicht 0,02 prozent mehr im jahr zahlt das das sind nicht so gravierende unterschiede wie aktiv passiver vor wo dann wirklich sagst da geht es dann um keine ahnung drei prozent oder was im jahr oder zweieinhalb prozent im jahr also hier meiner meinung nach das ist alles sehr sehr ähnlich sehr sehr vergleichbar der dritte punkt wo ihr unterscheiden könnt ist die ausschüttungsart da sei vorweg gesagt ich bin recht jung ich setze daher zu 99 prozent der fällen einfach auf thesaurierende etfs weil einfach bei thesaurierenden etfs die dividenden quasi die dieser etf generieren würde direkt reinvestiert werden und damit hat man langfristig den meisten oder den besten impact auf den zinseszins wenn man jetzt keine ahnung schon 30 40 ist und sagt hey ich möchte mir durch einen msci immer durch einen emerging markets etf ein kleines passives zusatzeinkommen aufbauen da macht es vielleicht sinn einen ausschüttenden etf zu nehmen meine einzigen ausschüttenden etfs bis jetzt sind der global clean energy von ishares der ist leider ausschüttend ich habe einen dividenden etf der ausschüttend ist und ich glaube noch einen dritten aber eben mein fokus ist wie gesagt auf thesaurierend weil ich einfach wie gesagt langfristig das meiste aus meinem geld machen will und wie gesagt thesaurierend direkt reinvestieren ist immer besser wie ausschütten versteuern und dann wieder investieren nächste art ist die replikation hier gibt es einmal physische replikation und synthetische replikation beziehungsweise swap replikation was würde ich euch da empfehlen da würde ich euch auf jeden fall die physische replikation empfehlen warum weil bei der physischen replikation kauft der index an also der etf anbieter genau die positionen die im index sind physisch nach also wenn alibaba drin ist kauft er die alibaba aktien wenn tencent drin ist kauft er die tencent aktien was ist synthetische replikation das ist ein sogenannte swap geschäft wo eine bank in dem fall jetzt amundi mit einem mit einer anderen bank wir gehen jetzt mal mit einer chinesischen bank davon aus ist meistens eben in den schwellenländern dann ein sogenanntes swap geschäft eingehen das heißt am ende wird quasi nur die rendite geswappt also ihr könnt euch so einfach vorstellen wir gehen jetzt mal von einer deutschen etf anbieter aus der deutsche etf anbieter hat den dax der chinesische etf anbieter hat einen chinesischen index und am ende der deutsche hält weiterhin die dax aktien der chinese hält weiterhin die chinesischen aktien und am ende des jahres wird quasi nur die rendite gegenseitig geswappt also wir deutsche kriegen die rendite von den chinesen rüber geswappt und die chinesen kriegen von uns die rendite der deutschen aktien rüber geswappt allerdings große gefahr weshalb ich auch nie in synthetische etfs investiere oder immer versuche eben eine physische alternative zu finden ist eben das kontrahenten risiko und zwar ist das kontrahenten risiko wenn jetzt die ausländische bank insolvent gehen würde hätten wir ja nicht mehr unser investment weil wir investieren ja in ein msci emerging markets um eben auch von dem wachstum der schwellenländer zu profitieren und dann hätte man eben die große gefahr dass wir dann eben auf einmal quasi kein msci emerging markets mehr haben weil wir eben ein swap etf haben und der eben nur den dax quasi kauft ich hoffe ich konnte euch ganz gut erklären wenn es da auch noch mal fragen gibt kann ich da auch gern noch mal ein tieferes video zu swap und synthetischen etfs machen ist nämlich bisschen schwieriger auch aber können wir gerne mal machen dritter punkt ist das vor volumen eben auch nicht zu vernachlässigen je größer ein vor desto unwahrscheinlicher ist dass dieser vor wieder irgendwann sagen wir mal zugrunde gestampft wird wenn man jetzt sich mal hier so kleine anschaut jetzt mal auf seite drei hier mit 30 millionen volumen gesamtvolumen ist enorm riskant weil es kann jetzt sein dass zum beispiel hier wisdom tree nach ein paar jahren sagen hey irgendwie die leute investieren nicht genügend geld rein in diesen etf deshalb macht es für uns eigentlich keinen sinn den etf weiter laufen zu lassen weil die kosten zu hoch sind und was machen sie dann dann stampfen sie diesen etf ein und zwar ist dem etf anbieter egal ob du jetzt gerade mit deinem emerging markets etf im grünen oder im roten bereich bist es wird einfach zu einem tag x verkauft punkt und du wirst ausgecast und wie gesagt wenn es jetzt gerade der fall wäre und gerade dann wäre es sehr sehr schlecht weil eben mit roten zahlen ausgecast wird und von daher rate ich euch da auch immer eben größere etfs eher zu nehmen weil da eben auch die wahrscheinlichkeit oder die gefahr dass diese etfs zusammengestampft werden eher kleiner sind bezüglich den kurs ist wie bei aktien der kurs sagt nichts aus am ende geht es um die gesamte marktkapitalisierung und eben man kann jetzt wenn man hier volumen durch den kurs teilt kriegt man die gesamtanzahl an etf anteilen die eben jetzt zum beispiel der i shares core msi emerging markets hat genau das wäre die erste möglichkeit ihr holt euch den breite die breiteste art wie ihr in schwellenländer investieren könnt mit einem msi emerging markets eine zweite art die mir ganz gut gefällt wo ich eben auch zwei etfs in meinem depot habe das ist man geht sagen wir mal einen schritt tiefer rein man holt sich etfs die spezielle schwellenländer abdecken und zwar wie macht ihr das wir gehen jetzt mal hier auf emerging markets wegpacken und zwar könnt ihr hier auf länder gehen und zwar welchen etf welche zwei etfs habe ich da das ist einmal der indien etf der i shares msi india weil ich einfach sage indien ist ein land was enormes potenzial noch hat mit blick in die zukunft wieder keine anlageberatung ich habe dann sehr gutes buch auch gelesen indiens super power heißt oder super macht super power ist vom finanzbuch verlag jeder der sagen wir mal das thema indien interessiert kann sich gerne mal anschauen und was ist jetzt hier eben der der fokus und zwar wir gehen auf die allokation hier wird eben nur in indische unternehmen investiert 100 prozent asien indien 99 und eben hier breit gestreut eben quasi der gesamte indische aktienmarkt abgebildet mit 107 aktien was klar natürlich verglichen mit einem msi emerging markets deshalb wie gesagt der msi emerging markets oder emerging markets etf ein emerging markets etf ist die sicherste art und weise zu investieren weil ihr eben am breitesten gestreut seid da hat man jetzt natürlich wieder ein gewisses länder risiko wenn ich mir jetzt zum beispiel einen einzigen also einen in einen etf auf den russischen aktienindex geholt hätte wäre katastrophal gewesen dann wäre es jetzt quasi ein temporärer zeitverlust gewesen aber an sich wie gesagt man kann auch der die zweite art eben in schwellenländer zu investieren ist dann eben mit speziellen länder etf wie gesagt ich habe euch gesagt ich habe zwei ich habe einmal den eyeshares msi india und ich habe als zweites ebenfalls ein land wo ich gutes wachstum vermute mit blick in die zukunft das ist südafrika da habe ich den eyeshares msi south afrika klar hat eine hohe ter hohe total expenses ratio und auch das vorvolumen ist noch nicht sonderlich groß da gebe ich euch recht allerdings vermute ich dass auch südafrika mit blick in die zukunft wenn man sich jetzt hier auch mal so die letzte zeit anschaut es ist nicht sonderlich gut gelaufen aber ich vermute einfach mein bruder ist gerade in südafrika ich vermute also er sagt auch es ist noch potenzial auf jeden fall da ich vermute auch dass langfristig also wie gesagt auf 10 15 jahre gesehen auch in südafrika noch ein gutes wachstum drin ist das ist eben der grund warum ich mir jetzt eben zwei einzel also zwei etfs zwei länder spezielle länder etfs von schwellenländern geholt habe aber wenn wir jetzt hier mal südafrika raushauen ihr habt natürlich viele weitere möglichkeiten es gibt brasilien etfs zum beispiel es gibt china etfs natürlich es gibt etfs wo haben wir noch indonesische etfs könnt ihr euch holen ihr könnt euch malaysische etfs holen ihr könnt euch pakistanische philippinische polnische müsste auch ein schwellenland sein wenn mich nicht alles täuscht saudi arabische russische gut russische würde ich eher gerade lassen aktuell vietnamesische thailändische taiwanesische singapurianische also ihr habt ganz ganz viele unterschiedliche möglichkeiten wir wirklich noch mal speziell in länder gehen könnt da bitte auch vorher erstmal research also kauft euch nicht einfach blind desland 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 ich habe mich wie gesagt in südafrika und in indien etwas mehr reingefuchst sehr langfristig ein investment case weshalb ich mich da eben spezialisiert habe und jetzt was ist die dritte möglichkeit wie man in schwellenländer investieren kann die riskanteste art und weise die art und weise die wahrscheinlich gerade den meisten leuten überhaupt gar keinen spaß macht und zwar ganz basic da gehe ich jetzt wieder hier auf emerging markets rein oder nicht auf emerging markets sondern geht jetzt mal auf china rein ganz speziell und zwar wo haben wir jetzt gehen wir einfach mal auf den hier sorry allokation ist oben und zwar die dritte möglichkeit was natürlich auch viele von euch wahrscheinlich machen ist das direkt investment in einzelaktien aus zum beispiel china das ist der fall wo was ich mache ich habe keinerlei einzelaktien aus anderen schwellenländern außer aus china in china habe ich aktuell eine alibaba ich habe eine tencent ich habe eine ich habe eine ping an insurance ich habe eine byd und ich habe das müsste es eigentlich gewesen sein die fünf genau das sind jetzt meine fünf einzelaktien aus china weil ich eben sage und das ist wieder eben eine weitere art wie man investieren kann man kann mit einzelaktien auch in schwellenländer investieren in zum beispiel china allerdings sei gesagt auch da würde ich euch dann empfehlen nicht nur eine aktie zu holen sondern drei vier fünf vielleicht einfach breit gestreut auch wieder man muss sich nur mal alibaba anschauen auf die letzten monate ein moment gehen wir mal hier kurz alibaba alibaba wenn wir uns jetzt hier mal die alibaba aktie anschauen die in letzter zeit ordentlich abgerauscht ist genau warte wo haben wir es hier ab genau hier das ist noch weiter gehen auch hier soll jetzt die natürlich performance technisch jetzt enorm abgerauscht ist auf das letzte jahr mit hier minus 36 prozent allerdings wie gesagt langfristig und das ist jetzt auch so ein punkt den ich euch rate gerade haben wieder enorm viele leute ihre china aktien verkauft wo ich sage jedem sollte bewusst sein bei schwellenländern oder bei einem investment in schwellenländern man hat enormes risiko also wirklich enormes risiko siehe russland jetzt bestes beispiel aktuellstes beispiel oder auch china auf die letzten monate man hat wirklich politisch ein enormes risiko bei diesen investments allerdings meiner meinung nach eben langfristig auch enorme wachstumschancen und das ist jetzt eben eine bitte die ich an euch auch habe wenn ihr in schwellenländer investiert dann seid euch zum einen dem politischen risiken bewusst haltet eine start habt eine strategie bleibt dieser strategie treu also wie gesagt ich habe ihr seht es ja in den depot ross wie oft eine alibaba mit minus 30 40 prozent verkauft wurde wo ich selber sag ja also du investierst in alibaba dir ist aber das politische risiko nicht bewusst dann wurde meiner meinung nach keine research betrieben dann wurde meiner meinung nach vielleicht einfach nur irgendwie auf instagram youtube keine ahnung wo nach gekauft und das ist eben die große gefahr die ich sehe und dieses video heute wollte ich einfach euch mal erstellen und euch zeigen was für möglichkeiten habt ihr denn eben in schwellenländer zu investieren und das sind eben von wenig risiko oder was heißt wenig es ist immer risiko in jedem investment ist risiko aber von weniger risiko einem enorm breit gestreuten msci oder ishares core msci emerging markets mit knapp 3000 unternehmen aus den schwellenländern mit einem mittleren risiko das sind dann eben die länder etfs aus schwellenländern wie ich zum beispiel mit einem indien oder einem südafrika etf im portfolio abgebildet habe und das größte risiko aber langfristig eben auch meiner meinung nach die größten wachstums chancen das sind dann eben spezielle einzelaktien aus schwellenländern wie gesagt muss jetzt nicht china sein ich habe jetzt gerade china aktien genannt können auch indische aktien sein brasilianische aktien und 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 also da sind wirklich keine grenzen gesetzt aber meine bitte an euch vernachlässigt schwellenländer nicht weil was ich eben jetzt auf die letzten jahre enorm gesehen habe dass viele viele industrieländer wie gesagt auf die letzten jahrzehnte ein sowas von starkes wirtschaftswachstum haben dass eben auch schon so ein gewisser standard in diesem land vorherrscht wo ich sage das ist in vielen schwellenländern eben noch nicht der fall wird in den nächsten jahren noch so sein man muss sich nur mal anschauen das durchschnittsalter in indien liegt bei 23 24 irgendwie also der durchschnitts inder ist noch vor seinem gesamten arbeitsleben oder gerade so vielleicht reingerutscht und das ist einfach was wo ich sage ich sehe wachstum jeder soll seine eigene research bitte machen ich habe euch jetzt heute drei möglichkeiten mal vorgestellt wie man in schwellenländer investieren kann freue mich über jedes like wenn euch das video geholfen hat schreibt mir gerne auch mal in die kommentare ob ihr schon in schwellenländer investiert habt und wie über den emerging markets etf über spezielle länder etf oder über einzelaktien drückt zudem die glocke dann kriegt ihr alle notifications hier auf youtube von mir und genau vielen dank bis dahin ciao ciao und und